Hallo, ich bin die Tonika und ich mache heute wieder ein Video, aber heute mit Spielzeugen. Ich will die heute mal euch zeigen. Und dann fangen wir mal mit das hier an. Das ist so ein Kugelschreiber, aber nur mit einem Pferd. Da habe ich hier noch ein kleines Blatt gemacht. Warte, ups. So, da kann man so schreiben. Hm, warte. So, das finde ich voll cool. Dann mache ich das wieder zusammen. Das war das hier so. Das ist noch ein Schwanz. Und hier habe ich noch ein Topmodelbuch. Hier steht Topmodel. Hier habe ich meinen Namen hingeschrieben. Das nehme ich mit in der Schule. Und hier habe ich so was. So Stickers. Für diese Barbie-Fuppen. So, ich zeige dir euch mal. So, hier gibt es so einen Hund, hier eine Katze, hier noch einen Hund, aber nur eine Tasche. Hier so ein Einhorn, hier Ohrringe und so irgendwie Ketten. So. Hier gibt es übrigens ein Klebeband. So. Hier gibt es übrigens ein Klebeband. So, jetzt ist er kein Klebeband. Da. Deswegen klebt das fest. So. Hier gibt es verschiedene Puppen. So. Hier gibt es verschiedene Puppen. So. Hier gibt es auch noch Hüte. Hier gibt es auch noch Hüte. Hier gibt es so Oberteile. Hier. Hier auch. Ganz viele. Ich zeige euch mal alle. Hier. So. So. Die finde ich irgendwie voll cool. Diese hier. Aber auch andere. So. Und die finde ich auch voll schön. Und dann gibt es hier noch solche, die man abgucken kann. So. So. Die kann man abgucken. Und vorne glaube ich kann man auch abgucken. Warte. Warte. Ich glaube hinter. Ja. Hier kann man auch abgucken. Warte. Hier kann man auch abgucken. So. Und dann. Das war mein Video. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz guten Tag. Und tschüss. So. Vielen Dank.